könnte hin und es soll nur wenigstens in die nähe meiner basis erst seit ein paar tagen draußen gut dann habe ich es nicht mitbekommen tatsache kommen im moment so viele spiele ich komme einfach nicht mehr hinterher langsam kriege ich jetzt auch eine liste mit meinem isle of shame so wir testen es mal ob das jetzt funktioniert so nur bis zu meiner basis wenigstens in die nähe ja 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 das sieht gut aus perfekt es steckte mein in meiner wand drinnen sehr gut genauso habe ich mir das vorgestellt perfekt so so wollte ich das ich wollte erst mal eine tür machen eine tür meine tür wo ist jetzt das andere brett 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 ich habe keine ahnung schickt mich zu einer person die ich schon kenne die art wie das holz sich fortbewegt ist mega random ja das ja das müssen sie unbedingt fixen dass das der dann einfach die sachen die er in der hand hat wegschmeißt und ich sie nicht mehr wieder finde jetzt einfach weg das ist doch ich muss jetzt ins bett wünsche euch noch viel spaß noch dankeschön mona schlaf schön und danke nochmal für den lieben raid hallo virginia virginia oh mein gott okay virginia ich habe jetzt großen respekt vor dir mit der schrotflinte kann sie die pistole in dritter ok warte das teste ich jetzt auch aus virginia warte mal sie ist immer nervig super ich hoffe ich kriege die sachen gleich wieder ne alter was ist mit ihr können jetzt bitte gegner kommen oh bitte ich will das sehen guck mal sie macht sich schon sie macht sich das einfach gemütlich kannst du eigentlich deine eigenen gebäude anzünden äh nee dann würden jetzt alle würde alles brennen weil da sind sogar fackeln in der wand drinnen und so durch bachs das wäre kritisch das sieht eigentlich sehr stylisch aus so mit mit der knarre da eine schronfunde beweglicher geschütztung ja warte ich auf gegner das wäre jetzt richtig cool ich muss nur aufpassen dass ich nicht abhaut sonst habe ich keine waffen mehr ich würde das so gern sehen was sie dann macht ob sie wirklich dann auf die rauf ballert aber sie weiß ja dann anscheinend wie man mit waffen umgeht weil ich habe das jetzt in der hand gedrückt und dann muss sie ja tatsache noch wissen wie das funktioniert und dann muss sie auch vorher schon waffen in der hand gehabt haben oder sie kann bloß nicht mehr so wirklich sprechen und der tracker ist auch weg sehe ich auch gerade was ist mit dir willst du nicht mehr getrackt werden das sehe ich nicht ein meine fräulein nee 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 nicht ohne du gehst jetzt nicht mit meinen waffen weg aber wo sind jetzt gegner das wäre so cool wie viele beine hast du ja ja sie hat drei beine und drei arme sie ist halt auch anscheinend eine mutante aber sie muss mal normal gewesen sein irgendwas muss passiert sein das werden wir noch vielleicht rausfinden ja gut es kommt jetzt keiner kann ich so lange meine sachen wieder haben ich habe nämlich angst dass du dann woanders bist bleib hier aber angst dass du woanders bist und ich habe meine sachen nicht mehr ach guck mal sie gibt mir dann alles wieder so ja nicht genau daumen hoch tschüss wenn jetzt gegner kommen dann welch wütend jedes ist kein glitsch sie hat wirklich drei arme und drei beine muss irgendwas mit ihr passiert sein wir sind nämlich auf der suche eigentlich nach anscheinend ihr und noch zwei familien angehörigen wir sind aber abgestürzt beziehungsweise wurden abgeschossen aus dem heli und jetzt sind wir hier gelandet und ja sie ist dann auf einmal aufgetaucht hat sich uns genährt und seitdem ist sie bei uns aber sie kann halt nicht mehr reden also ich weiß nicht ob sie vorher reden konnte aber hier muss es aber untergrundbunker und sowas geben wir haben schon was in der art gesehen da komme ich bloß noch nicht so hin weil da kik hat benötigt werden sehr gespannt kannst du übrigens bei zeit in der spielinstellung unter grafiken und ganz unten schauen ob die filmkörnerung eingeschaltet ist würde mich mal interessieren filmkörnerung habe ich immer aus eigentlich das habe ich ausgeschaltet ist aus ob das ich mache sowas immer aus weil ich filmkörnerung auch eklig finde ich war normal dann bekam seine schrotflinte und eine pistole ist ja doch anders enden können vielleicht hat sie mich jetzt abgeknallt er weiß er weiß das erste was ich in option ausgestellter gebäudeschaden ja das habe ich später erst ausgestellt ich wollte lassen aber dann wurde ich so oft angegriffen das war dann mit zu stressig tatsache tierhautrüstung kann und weiß die bitrate zerschießt wenn eingeschaltet ja aber habe ich nicht an wieso fragst du eigentlich was nicht gut oder hat mich interessiert weil es bei mir im game anders aussah ok jeder baggen sich wieder baumstämme in den boden ich liebe es auf ja 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 okay ja 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 Du 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 du. Warum hat der jetzt einen Stein in der Hand? Okay. Ich sehe schon gleich, dass die ganze Stelle ja auch einfach weggerodet. Falsche Richtung. Nein, bleib hier! Der Stamm wollte schon ins Wasser, ich merke schon, in den Boden reinglitschen. Okay. 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 Das sieht schön da hinten aus. Ich sehe schon mein Spiegelicht abstürzen, weil ich die ganzen Bäume da in die Wand gebackt habe. Ich will mal ins Bett fischen, da war es noch beim Bäume kloppen. Dankeschön! Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Erhol dich gut. Jetzt wird es schon wieder dunkel. So. Ich wünsche mir ein bisschen mehr. Ich wünsche mir mal auch gleich diese ganzen Stöcker hier. Ich habe endlich den Dosenöffner. Ja! Glückwunsch! Oh mein Gott. Ähm. Das sieht sehr... Ähm. Gut an. Ach shit. Schicker Scheiterhaufen. Ähm. Weißt du den jetzt... Warum? Warum? Weil Baum. Merkst du schon. Ich habe neue Baumstämme hier. Müsst du mir noch ein Stocklager machen, damit ich die jetzt alle so einsammeln kann. Äh. Ein Wandregal. Cool. Wahnsinn. Oh, das ist jetzt das. Ah, Kerwin. Ah, Kerwin. hallo danny sorgung stockfeld eines hätte ich eigentlich auch bock zu bauen diesen baum unter schlupf dieses riesige monster ist auch noch ein stock lager ja was rumtapseln hier let's go virginia let's go oha sie zielt schon oha attacke kommt er kommt zu uns wird sind ja deine aufgabe hinterher virginia die gehen ja voll ab jag sie jag sie sehr gut mann die zieht besser als ich verdammte scheiße junior da da sei ja noch mal dame ist bei mir tatsächlich so gut wie nie da und die ist auch nicht freundlich zu mir echt nicht inwiefern ich freundlich das klingt ja nicht so cool ist er jetzt so reingehrennt die geborene killermaschine ja oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja Das ist voll schon wieder aus. Was ist das denn schon wieder her? Fräulein. Was ist das denn? 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 Ich geh mal jetzt die Stöcker sammeln. Was ist das denn? Wenn ich noch mehr Waffen finden sollte, dann kann ich Virginia auf jeden Fall eine Handfeuerwaffe geben. Kann ich das Lager ein bisschen mit beschützen. Was ist das denn? Was ist das denn? virginia löscht alleine alle kann die beiden stimme aus es wäre sehr schön aber ich bezweifle es hier gibt es sehr sehr viele irgendwie immer wieder spawn wenn ich nur diese mutanten babys denke wie viele da sind ich weiß ja nicht ja zielsicher ist sie würde sie jetzt die ganze zeit daneben schießen dann ich habe trotzdem ein bisschen schiss dass sie dann auch auf uns schießt weiß halt nicht was in ihrem köpfchen vorgeht das sind ich von sogar kevin habe erwischt das habe ich nicht gesehen kevin ist aber eine schusslinie hat ja kevin ist auch ein vollidiot kevin versteht immer nicht den ernst der lage wie so eine schildkröte also seine reaktionsspanne kurz bevor was passiert reagierte aber kevin hast du bock mir mal ne beseitige mal lieber es nicht ich habe angst davor holst stöcke und du bringst sie mir dann können wir das schneller voll machen teamwork ja cool schön teamwork es ist das kriegen wir hin okay Das war's für heute. Er ist selbst? Hallo, Massen. So, mal hier weiter. Verstecken die sich hier schon in irgendwelchen Laubverstecken? Die haben noch Langeweile. In den Dosen ist Katzenfutter drin. Ja. Nom 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 nom. Ja, die Sachen verschwinden hier immer. Scheiße. Das ärgert mich ein bisschen. Winnie. Ich brauche... ich habe keinen bock mehr wirfte die stöcke aber die ganze zeit nichts machen müssen soll das mal sitzen verschwindet nicht ja die die stämme habe ich ja gemacht aber die bretter irgendwie die halbierten so 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 das kann ich jetzt hier nicht machen oder was ist das scheiße mal gucken ob es funktioniert ich bin mir nicht sicher was muss speichern dann schlafen dann morgen schon kevin war trinken schlafen kann ich schlafen ja die zeit vergeht schon wieder schon mal besuch hast keinen bock mehr ich habe jetzt genug stöcke danke ich habe das das ist vergini ja ich 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 frühstücken das ich ganz komisch an ja aber die greifen sie halt auch an sie sehen sie halt nicht als als feine entfernt das ist schon ich 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 mich ich ich Die holt eh denn noch mehr. Da hab ich keinen Bock drauf. Ja, das war ja gerade die Pistole. Ah, die Schrothi hat wirklich einen schönen Sound, das stimmt. Ja, das war ja gerade. Ja, das war ja gerade. Vielen Dank.